Hallo Leute, willkommen zurück zu... Ja, ich habe jetzt gestartet, aber egal. Zur Jump'n'Around-Map, wahrscheinlich jetzt zur letzten Aufnahmesession. Hoffentlich. Weil mir geht Team Helper im Arsch. Genauso wie du mir. Nein, nein, mein Spaß. Ah, ich schaff den Sprung schon nicht, ich brauch Freinehmer-Spaß. Ich glaub, ich geh in God-Mode. Was? Scheiss-cheater-faggot. Vergottert flog wie es. Oh mein Gott. Ich dachte, du meinst das Musik-Instrument. Er fliegt drauf, oder? Ich hab kein Dings, ich hab disabled. Ähm, Multiplayer-Settings. Kommen ja wieder die Huhns-Nachrichten, Alter. Ja, ich hab den Chat einfach ausgemacht. Und jetzt da? Der Böscher-Marsch. Der Böscher-Marsch. Ey, wo ist denn da eine Huhns-Leiter? Ah! Dermit! 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 Das ist Dermit! Dermit! Ach Gott. Das ist die Scheiße. Hä? Ich hasse das Huhns-Jump-and-Run, weil das so kacke ist und auch so kacke schwer. Oh mein Gott, ey, ich kann auf die Huren... Hast du gerade auf mich geschossen? Nö. Warum willst du denn ins Gerät? Was? Irgendwer hat auf mich mit Pfeil geschossen, Alter. Echt? Du Wichser, du warst das. Nein, wirklich nicht. Ja, komm. Ich warst wirklich nicht. Ja, ja, irgendwer hat ein Pfeil auf mich geschossen. Was soll denn das scheiße? Auf einmal ist das so ein kleines, keine Ahnung, Wesen. Komm, gibst du, du hast meinen Pfeil rauf geschossen. Nein. Okay, ich gibst du. Echt? Hast du wirklich? Ja. Ich hab keinen Pfeil auf... Ja, okay, ich gibst du, ich warst wirklich. Denk ich mir ja. Weil du schon so flach hast. Du bist schon fett, Alter. Da sitzt man. Wett mal, da sitzt man wegen dir wieder ein halbes Jahr dran. Was heißt wegen mir? Du kommst da auch nicht weiter. Das fehlt, Alter. Wett mal, ich brauch noch drei Sprünge, dann schaffe ich's. Hab's. Checkpoint. Ne, mal Spaß. Wie? Puh, ho, 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 ho. Nein, nur mal Spaß. Weißt, wenn Flo so beschimpft, dann mach mal so aus Freundschaft, ne? Aus Freundschaft beschimpft. Was? Ne, man macht das immer so zum Spaß, hab's schafft. Wir können jetzt den Checkpoint benutzen. Aber ich weiß nicht. Hab ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Ja, Frau Buschka. Ich kann auf Leiter nicht schwinden. Warum, warum nicht? Warum? Warum? Warum bin ich anders als die anderen? Takan. Tak, mal schaffst du den Schwung da nicht? Welchen? Ah! Scheiße. Nice. Läufe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Du bist am Arsch. Scheiße. Haar. Ich wollte gerade sagen Haar und fliegt selbst. Was bringt der Tasche, ja? Du bist am Arsch. Bist du ein Idiot, Alter. Dann beim nächsten Mal block nicht. Mach mal den Checkpoint zu, damit es spannender wird oder offen. Oh, das dauert viel zu lange. Du hast den Zug gemacht. Was ist, wenn wir jetzt gerade beide runtergeflogen wären, Alter? Dann hätten wir wieder... Ich hab ihn aufgemacht. Ja, nein, ich hab ihn aufgemacht. Und du hast da Nachwürfe gedrückt. Lass uns jetzt nicht diskutieren. Oh, die Tür ist zu. Ich bin abgefuckt nur wegen Payday gerade. Ja. Das haben wir noch nicht gerade erzählt, oder? Nö. Naja, wir wollen gerade Payday aufnehmen. Wenn Sie das sehen, läuft das wahrscheinlich schon. Ja, also wenn ihr das seht, seht ihr das am Anfang von Payday irgendwann mal. Payday? Payday. Ich hab verstanden. Payday. Ja, du bist auch so ein Verbrecherl. Ich kann das nicht. Frau Battle, Frau Battle. Rote, rote und... Achso, nee. Was? Hat rote? Hot, grüne und... Mit Schmerah-Sauce dran. Mit 2Gamer hat die Logo dran. Ja, das ist schön. Bei einer so jung würde es mir gefallen, aber bei einer Oma... Bei einer Oma ist das denn jetzt, eh? Eine Oma hat dann hier steht... Du, Gamer, eine Oma ist... Oh mein Gott, oh mein Gott, kannst du dich nachher... Ich sag nur, Herr Schule, Frau Meier... Ah ja. Iiiiih... Was? Und die stellst du mit 2Gamer hinterfohlen? Alter, Flo. Du bist so ikelhaft. Alter. Hab ich nie gesagt. Du hast gar gesagt, Alter, Frau Meier. Ja, ich mein aber nicht die. Ja, wo du... Oh, da, du bist so am Arsch. Oh mein Gott. Die Schalter. Der Schalter brennt. Ja. Das ist jetzt nicht passiert, oder? Ne, was? Der vorletzte Sprung vorm Checkpoint. Nur weil ich den Checkpoint durch einen Schalter aufgemacht hab. Echt? Ja, da war so ein Kack-Sprung. Ich hab den zweiten aktiviert. Du, 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 da kann man cheaten. Was? Da kann man cheaten. Echt? Bist du grad da hochgekommen, bist du da? Die Leiter waren im Block. Das warst du, oder wie jetzt? Ja, ich war's eh wieder dorthin, wo's war. Genau jetzt, wo ich sie bräuchte. Weil das wär unfair. Du willst das ja ohne Cheaten spielen. Ja, eh. Fünf Jahre später. Ich glaub, die... Ich kann da den Hundsprung nicht. Da den... Die Folgen... Die Folgen werden wahrscheinlich länger. Reißt du uns ins Bett? Wir sehen... Wir... Wir sehen... Wegen noch jemanden in den Sprung. Weht man bloß halt irgendwann bei der Hälfte so... Mach mal einen Cutout, der ist dort zu lange. Oder er gibt sich dann Fly. Nö, Fly... Ich lass heute Fly aus. Außer es sind wieder solche richtig verkackten Sprünge. Oh. Hast du wieder... Ja, lassen wir es, bitte. Die Leiter ist runtergeflogen. Soll ich das jetzt wegmach wieder? Ne, lassen, hab ich ja gesagt. Lassen. Ah, das ist Cheaten. Ne, das ist Umbodifizieren. Ja. Das ist nur Improvisation. Wann such man sich eigentlich immer so schwere Maps aus? Ja, sagst du schon in jeder Folge. Ja. Damit du's nicht vergisst. So mit deiner Katze zu füttern. Das tue ich ja nicht. Echt? Oh mein Gott. Wie schaffst du denn den Sprung endlich? Ich hab die alle schon geschafft. Ja, aber wie schafft man denn den? Ah. Ich habe einfach so ein Magicka-Bullabaloo. Hast du ihn? Das funkt sowieso nicht. Ja, darf ich jetzt wieder? War ich in der Höhe. Simba dann empfangen gelassen. Wah, das wollte ich jetzt unbedingt wissen. Ich habe jetzt ein Glas genommen. Und den Duft eingefangen. Und den bekommst du dann morgen zu essen. Oh, lecker. So wie bei South Park, wo Cartman Standy 14 in den Mund gibt. Okay, ich schau das nicht. Also ich weiß das nicht. Hast du's geschafft? Ja, ja. Okay, ich habe einfach Bock noch versetzt gehabt. Wenn du willst, kannst du den Checkpoint... Achso, du bist ja schon da. Okay. Dann kann ich ja die Leiter um eins wieder hochsetzen. Was bringt dir das jetzt? So, das geht... Ich habe... Oh, okay. Ich geht dir dann. Hä, wie schafft man dir das? Da kommen deine Lieblingssprünge nach dem Sprung. Sprünge? Sprünge. Wie schafft man dir das, Flo? Wo du nur zwei Blöcke frei hast. Ja, ich weiß. Also oberhalb ist nichts. Ich habe es jetzt aber geschafft, öfters. Ich glaube, man muss da stehen bleiben, so. Magica! Wenn du noch einmal auf mich schießt, dann weine ich. Ah! Ach, nö. Runtergefallen. Ich schaffe den nicht mehr. Ich habe es genau gehört, ich habe gehört, ach komm. Jawohl! Jawohl! Ich schaffe den Sprung nicht. Was, da geht es da? Hä? Lol. Da geht es wirklich rüber jetzt. Ja, ja, und weiter? Ich schaffe den Sprung nicht. Ja. Was? Ich bin schon da. Ja, ich schaffe den ersten Sprung nicht. Der war eh leicht. Ja, jetzt, das sagst du jetzt. Nee, ich bin bei, oh scheiße, ich bin da abgerutscht beim Pfosten. Jetzt kannst du mir mal genau zeigen, wie du es machst. Das war vorher nur mit Glück, Alter. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Die Sprünge sind doch eh leichte Doppelsprünge. Also, die warst du einfach Sprünge. Ah, jetzt pack ich sie, weil ich weiß, wie es geht. Okay, hast du da eine Leiter dran gesetzt? Nein, nur nicht. Ha, schon wieder geschaut. Alter, es ist leicht. Okay, das mag mal fähig. Du musst bei der, wo zwei frei sind, ja? Du musst einfach nur normal sprinten und dann hüpfen. Ich weiß sie. Alter. Nur jetzt habe ich es nicht geschafft. So, boah. Ach komm, jetzt schaffe ich da den zweiten nicht. Hauptsache den ersten schaffe ich aber den zweiten nicht. Ich habe es schon bis da her geschafft. Aber da bin ich dann, habe ich. Bin ich dann gefehlt oder habe ich dann gefehlt? Ich glaube, du hast gefehlt. Ich rufe meine alte Deutschlehrerin an. Meine alte Deutschlehrerin. Alter, ich hasse die. Piep. Piep? Ich habe die schon immer nicht gemüllt. Du sag mal. Ach so, nee. Doch, nicht. Wem die? Naja, du, die Scherr. Ach so, ja, ich hatte die. Die wie? Die wem? Nee. We. 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 Ja. Die Weberknecht. Also Frau Weberknecht, sollte sie dieses Video sehen. Ich heiße nicht mal Weberknecht. Ja, Frau Weber. Sie sind Fähm jetzt. Muss ich da piepsen? Nee, warum? Weber, sauviel Leute äßen sich ein Weber. Ja. Oha, so geht das also? Einfach sprinten und hüpfen? Ja, ich bin schon wieder zu doof. Ich werde impotent. Da scha- Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen und bin... Was für was? Was für was? Falls ich fehle. Das ist meine Notfallleiter. Der Sadlerleiter. Ich habe es jetzt darüber. Ich habe es jetzt darüber. Ah, boah, 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 ich war andere Leute dran. Ja, boah. Ja, ich habe es jetzt. Jawohl. Ja, wo ist das? Oh, fick dich. Nö. Ich weiß nicht mal, wie man das macht. Und jetzt? Jetzt schaue ich blöd, oder? Boah, ich... Ja, wie ja! Ich glaube ich spinne. Ich glaube ich spinne. Ist ein Checkpoint? Ja! Hab ihn offen. Darf ich den benutzen? Darf ich den benutzen? Mach! Okay. Oh ja, leid da, leid da. Ah, der ist schon wieder so ein Scheiss. Hör auf. So eine Scheisse. Moment, nehme ich überhaupt dir. Oh mein Gott, du Oros. Boah, Mann. Na gut. Hey, Kraft. Oh mein Gott. Ich war drauf, aber da bin ich weiter gelaufen. Und jetzt? Heidelam. Oh. Heidelam ist Türke Peter Pan. Heidelam Peter Pan war Türke. Heidelam. Echt? Ja. Legit laut. Ein Türke, der Peter heißt. Kannst du bitte weiter hüpfen? Free, Legit laut. Achso, er hört Musik, oder? Und wo gehst jetzt lang? Na ja, da rüber. Ja. Kannst du das nicht? Ich hab's jetzt gefällt. Ich hab's jetzt gefällt. Vorhin hab ich's aber geschafft. Legit laut. Nö. Ich weiß nicht, was ich schon wieder laut legen soll. Ah, nee. Es geht so. Legit laut. Leg? Legit laut. Leg? Leg ist laut. Leg ist laut. Leg ist laut. Geile Deutsch. Legit laut. Ja, Dutsch. Ja, Dutsch ist laut, wer die. Gut. Da bauen wir schon wieder Jahre. Ich hab mir meine Sandlerleiter. Hä, hüpf' ich das alles wieder zurück? Was? Was? Nee. Doch. Nimm spiel. Nimm spiel. Du musst da rüber. Okay, da. Nee, nee. Sicher nicht. Doch. Da pflege ich auf den Hunkelsblock jetzt wieder rüber, da wo ich war. Da? 정er Institut des Flughafen. Haha. Gelt glove ihn.